So und Damen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play, und zwar zu Let's Play SCP-87. Ja, man könnte es auch Treppensimulator nennen. Geh mal einfach mal die Treppe runter. Das ist eine Art, das sind wir hier in Stock bei Null, und so ein bisschen eigentlich, das Ziel vom Spiel ist, einfach eine endlose Treppe hinunter zu laufen. Und dann haben wir schon die ersten loslegen Geräusche, und ja, dann gehen wir weiter. Das ist ein kostenloses Spiel, kann man downloaden. Der Link steht dann natürlich in der Beschreibung. Die ersten Kitzel-Fugie, ja. Ja. Reion schreibt um die Kaumenteile wie er mein neues Intro findet. Ob es das alte besser ist für das neue. Was ist das? Hier jemand atmet. Heute ist es auch... Der Fisk. Das ist lauter. Wir können noch springen und sehen die Steuerung des WSD für Laufen halten. Mit der Maus kommen wir sich um und springen auf Space. Das wird nicht schön sein. Mai. Das wird nicht schön sein. Mai. Das wird nicht schön sein. Ja. Sorry für die Lack. Das wird nicht schön sein. 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 Ja. Wie gesagt, ihr könnt auch in die Kommentare schreiben. Schreibt mal in die Kommentare wie ihr es findet. Was ihr noch für ein Spielchen drin könnt. Wie ihr das Spiel findet. Wie ihr das Spiel findet. Was ist das. Was ist das Spiel? Was hat da? Was? Was hat mit der Bange? Ich habe das Spiel. Wenn man da reingeht, dann startet das Spiel eigentlich sofort. Es hat kein Hauptmenü. Gar nichts. So. So viel. So was er, mein Benin? Oh. Ich bin jetzt hier. Ah, ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich wollte nur mal den Stopper, weil ihr alle wach seid. So, muss ich mal wieder aufnehmen. Das passt ja. Nehmen wir mal weiter. Nehmen wir weiter die Tiefe. Ich bin gespannt, ob ich ihn dann einfach mal einlänge. Stufen 5. So. 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 Könnt ihr mir auch mal mit Kommentaren bewertet und Daumen nach oben und weiterhelfen. Ich hoffe, dass ich euch nicht so sehr habe, weil es ist ja doch ein bisschen anmelding mit Treppen runterlaufen, aber wie man es nennt. Okay, ich bin sorry für die Lecks, aber ich weiß auch nicht. Das ist schwierig. Denk ich mal wegen meiner MPC. So, vielleicht noch wegen meiner MPC. Sehr schön. So, sorry, dass ich immer auf der Zeit lang ein Gleise war, wo ich mich stehe. Weiß keiner. Okay, weiter geht's. Es läuft immer so langsam, der Typ. Die Geräusche werden aber laut. Stufe 21. So, gehen wir mal weiter. Schauen, was da kommt. Was passiert? Nein, meine Zeit. Meine Auer. Okay, weiter geht's. Stufe 22. Schreib mir jemanden auf Skype an. Witzig. So, wir haben hier noch einen Tonaufnahmen. Ja. Jetzt schauen, passiert nichts mehr oder was? So, wir werden weiter. Jetzt schauen, ob es mein Tonaufnahmen gibt. Ja. Ja, dann auf. Weiter geht's. So, wir springen mal. Stoffe 24. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob er bei euch gestern auch so eingehen wird. So, wir sind bei uns. Ein Hauptmanns-Nachbarn. So, weil wir so weiter, hat es bis in unseren Garten rübergewinnen. Alter, das Garten. Spall am Arsch. Was sagt ihr sonst eigentlich so? Ich hab's auch mal in den Tari. Sagt mir. Was ist hier? So, wie viel? Äh. Ich hab' den Tüger schon auf. Fast ein 7. Okay. Zeit. Wieso, leckt das jetzt? Hm. Naja. Hm. Ich höre jetzt mal. Hm. 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 Es geht ab. Moment. Gut. Weiter geht's. Stufe 42 sind unten. Und jetzt hören wir so ein komisches. Als hab ich mal auf Heißbrettern. Da. Und da. Und da. Und das. Und dann sagen wir heute mal auf. So, wir steigen. Ich bleibe eben heute hier. Hm. Und ja. Ich meine, mein Gott ist hier. Ich bin für 23. So. Mal weiter. und das. Ja, ja. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh ja. Oh. 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 Ähm. Ja. Ein. 24. Oh. Okay. Weiter wird es schon nichts mehr sein. Und äh. Vielleicht noch was schon. Natürlich. So. Oh. Was ist das? Schatten oder was? Alter. 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 Äh. Alter. Alter. Hast du die 24? Alter. Alter. Hast du mich erlassen? Heute geht's... Wir sind gleich wieder dem Modell drauf zu checken. Sonst weiß ich das nicht. Ich schreibe mich heute ja immer auf Skype an. Mensch, immer da was man. Jedes Mal. Naja, immer nichts mehr. Gehen wir mal weiter runter in die Treppe. Wir sind glaube ich jetzt auf der Treppe groß. Und das ist ja noch mal knapp unten. Oder das? Ja. Und weiter geht's. Die Entwickler haben das in zwei Tagen entwickelt. Also, ja. Das ist schon ganz schön für zwei Tage Leben. Ja. So, die hat da jemand in Skype angerufen. War kurz. Eigentlich mal. Fangen wir jetzt an. So, wieder. Zwischen an. Jetzt in mir. Okay. Okay. Dann. Wie ist das? Alter. 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 49. boy. Du warst riesig. Johnny. Du warst riesig. Ist das richtig. das sehr hart. Nein. Wann gummer dich mal. Und jetzt. Das ist schon ein paar Mal. Und jetzt. Okay. Wauw! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017